George Soros hatte vor kurzem angekündigt, dass sie nun Bitcoin kaufen werden. Und für sie ist Bitcoin keine Randerscheinung mehr. Ob das nun gut für Bitcoin ist, ist natürlich eine andere Frage. Daher werden wir uns in diesem Video genau anschauen, was das für Bitcoin bedeutet, wie die Entscheidung von George Soros aufgenommen wurde, in Bitcoin zu investieren, was Don Fitzpatrick, die den Soros-Fonds verwaltet, zu Bitcoin und den digitalen Zentralbank-Währungen zu sagen hat und wie Regierungen vermutlich bald einen Angriff auf Bitcoin planen. Schau dir daher das Video unbedingt bis zum Ende hin an. Und bevor wir starten, freue ich mich, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst und den Kanal, falls du es noch nicht getan hast, abonnierst. Folge mir auch unbedingt auf Telegram, dort erfährst du, wann neue Videos veröffentlicht werden. Du erhältst Stück für Stück mehr Informationen, die ich hier nicht veröffentliche. Den Link zu Telegram findest du in der Beschreibung unterhalb des Videos. Das Video stellt keine Finanzberatung dar und dient der Unterhaltung. Don Fitzpatrick, die das Soros Fund Management beaufsichtigt, sagte zur aktuellen monetären Situation, dass es eine echte Angst gibt, dass die Fiat-Währungen entwertet werden. Was letztlich zur Nachfragesteigerung bei Krypto geführt hat. Sie geht auch nicht davon aus, dass Bitcoin eine Währung ist, eher ein Rohstoff, der über ein limitiertes Angebot verfügt, der leicht gelagert werden kann und übertragbar ist. Doch das ist nicht das erste Mal, dass der Soros Fund mit Bitcoin handeln wollte. Bereits 2018 hat er Soros in Bitcoin investiert und historisch gesehen ist der Preis von Bitcoin danach weiter gefallen. Viele Nutzer auf Twitter denken, dass Soros, der an Bitcoin investieren will, ein schlechtes Zeichen für Bitcoin ist und für den Bitcoin-Kurs. Und das, obwohl er vom Kapital als Philanthrop bezeichnet wurde. Sie sehen das als schlechtes Zeichen für Bitcoin und fragen sich, sind das schlechte oder die schlimmsten Nachrichten für Bitcoin? Einer empfiehlt sogar, sich auf einen Rücksetzer bei Bitcoin vorzubereiten. Schau dir einfach jedes Mal an, wenn ein Unternehmen Milliarden für Bitcoin ausgeben will. Sie finden irgendwie immer einen Weg, dass es zum Crash im Markt kommt, damit sie Bitcoin günstig kaufen können. Und sovor meinte Dawn Fitzpatrick zu Kryptowährungen noch folgendes. Wir denken, dass die ganze Infrastruktur rund um Krypto sehr interessant ist und wir uns jetzt an einem Wendepunkt befinden. Sie sagt ebenfalls, dass Bitcoin vielleicht eine Randerscheinung bzw. ein Randvermögenswert war, aber dadurch, dass unlimitiert Geld gedruckt wird und die Geldmenge sich in den USA in den letzten 12 Monaten um 25% erhöht hat, gibt es nun eine echte Angst vor der Abwertung von Fiat-Währungen. Sie spricht auch über Gold und geht davon aus, dass der Goldpreis Probleme haben wird, weil viel Geld aus Gold abgezogen und in Bitcoin investiert wird. Was ist deine Meinung dazu? Schreib mir die in die Kommentare. Persönlich sehe ich es ähnlich wie viele andere Nutzer auf Twitter, dass wenn Soros in Bitcoin investiert, dass das eher schlechte Nachrichten für Bitcoin sind. Dazu kommen wir gleich noch, warum das so sein könnte und wie Regierungen damit reinspielen. Schau dir dazu noch die Reaktion von Dawn Fitzpatrick auf die Frage hin an, ob sie über Bitcoin verfügt. Sie meinte, dass sie das nicht beantworten kann. Die Reaktion des Moderators folgte gleich darauf, wie du hier sehen kannst. Das ist ein Zeichen negativer oder unangenehmer Empfindungen. Als nächstes warnt uns Dawn Fitzpatrick davor, dass die digitalen Zentralbank-Währungen schneller kommen werden, als die meisten denken und nennen China als Beispiel. Und dazu kommen wir gleich nochmal. Die wollen, dass deren digitale Zentralbank-Währung auf der Welt komplett genutzt wird und dass digitale Zentralbank-Währungen eine potenzielle Gefahr für Bitcoin oder andere Kryptowährungen darstellen. Das sagte sie ebenfalls. Und Dawn Fitzpatrick geht davon aus, dass die digitalen Zentralbank-Währungen eine temporäre Gefahr für Bitcoin darstellen. Sie geht aber nicht davon aus, dass sie langfristig Erfolg haben werden, Bitcoin zu destabilisieren. Die Banken wissen, dass Bitcoin bleiben wird. In Kürze werden 650 US-Banken in der Lage sein, knapp 24 Millionen Gesamtkunden Bitcoin-Käufe anzubieten. Und das basiert auf einer Vereinbarung zwischen dem Unternehmenszahlungsgiganten NCR und der Digital Asset Management Firma NIDIC und auch anderen Gemeinschaftsbanken. Dass sich immer mehr Banken für Bitcoin interessieren, kannst du auch hier in dieser Grafik von Bloomberg sehen. Die roten Punkte bedeuten, dass die Banken Kryptoprodukte anbieten bzw. anbieten werden. Die grauen Punkte bedeuten, dass sie es in Betracht ziehen und blaue Punkte bedeuten, dass sie es ablehnen. Spannend ist, dass immer mehr Banken Kryptokasse die Dienstleistungen anbieten, also die Kryptoverwahrung. Warum machen sie das? Weil immer mehr und mehr Menschen Geld von den Banken abziehen. Zusätzlich sehen wir, wie es den FAD, also die Angst, Unsicherheit und den Zweifel für Bitcoin gibt. Ich glaube, dass Bitcoin langfristig gut ist und wir trotzdem kurzfristig sehr turbulente Zeiten erleben könnten. In diesem Video hatten wir bereits darüber gesprochen, dass es durch die Regierungen mehr oder weniger einen Angriff auf Bitcoin geben soll. Wir hatten uns die Daten angeschaut, die Organisationen wie die FATF, also die Financial Action Task Force, für Bitcoin planen und wie dieser Bericht dann die weltweiten Regierungen beeinflussen wird. Dass es viele Bewegungen seitens der Regierungen gegen Bitcoin und Kryptowährungen gibt, schauen wir uns jetzt an. Wie beispielsweise in England. Dort soll die TSB Banking Group mehr als 5 Millionen Kunden den Kauf von Kryptowährungen verboten haben. Die britische Bank, Netwest, hat zusätzlich ein tägliches Limit für Überweisungen an Kryptohandelsbörsen festgelegt. In Südkorea sollen neue Regeln der südkoreanischen Financial Services Commission umgesetzt werden, bei denen viele kleinere Kryptohandelsbörsen befürchten müssen, dass sie schließen müssen. Nach dieser Regel müsste jede Börse bis zum 24. September 2021 nachweisen, dass sie über ein Echtnamenkonto bei einer koreanischen Bank verfügen. Das könnte dazu führen, dass die koreanischen Handelsbörsen die Regierung verklagen könnten. Und in Mexiko wurde kurz nachdem der Milliardär Ricardo Salinas Bitcoin empfohlen hat, der Handel mit Kryptowährungen seitens der Zentralbank verboten. Die mexikanische Zentralbank hat die Banken des Landes davor gewarnt, dass Kryptowährungen tabu sind. Das hat sie einen Tag nach der Aussage von Ricardo Salinas zu Bitcoin gemacht und haben dann gesagt, die Finanzinstitute dieses Landes sind nicht befugt, Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten wie Bitcoin durchzuführen oder der Öffentlichkeit anzubieten. In Kanada kam es auch dazu, dass die Regierung gegen Kryptobörsen vorgegangen ist und Binance hat daher Ontario verlassen. In Frankreich hat der Vorsitzende der Bank von Frankreich gesagt, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, Krypto zu regulieren. Wir in Europa müssen so schnell wie möglich handeln oder eine Erosion unserer Währungssouveränität riskieren. Kurz, sie sehen Bitcoin als Risiko an, sie sehen, wie sie durch Bitcoin die Kontrolle verlieren. Laut ihm soll in den kommenden Monaten ein Regulierungsrahmen verabschiedet werden, insbesondere angesichts der wachsenen Rolle, die Kryptowährungen auf regionalen Märkten spielen. So sagt er weiter, dass die Verwendung von Bargeld in den ersten Monaten der Pandemie zurückging, ein Trend, den laut Villaroy zu einer Marginalisierung der Verwendung von Zentralbankgeld führen könnte. Eric Rosengren, der Vorsitzende der FED aus Boston, sagte zu den Kryptowährungen, ich denke, ein zukünftiges Problem der Finanzstabilität könnte auftreten, wenn wir nicht sorgfältig darüber nachdenken, was mit Dingen wie Stablecoins passiert, wenn wir das nächste Mal schwere Marktschwierigkeiten haben. Der Internationale Währungsfonds gibt an, dass im Allgemeinen Kryptoassets erhebliche Risiken bergen könnten und dass wirksame regulatorische Maßnahmen im Umgang mit ihnen sehr wichtig ist. Und auf die Frage, ob es globale, zentralisierte Regulierungsmechanismen für Kryptowährungen geben soll, antwortet der Sprecher des Internationalen Währungsfonds, dass sie eng mit anderen Gremien zusammenarbeiten, vermutlich mit dem FRTF, wir wissen das nicht, aber es könnte durchaus möglich sein, und sich mit der gesamten Thematik der digitalen Währungen befassen. Ein US-Politiker geht sogar so weit, dass er sagt, dass Dritte, wie beispielsweise Gerichte, einen Zugriff auf Kryptowährungen haben sollten. Er fordert so etwas wie eine Hintertür bei Kryptowährungen. Denkt mal darüber nach, über Bitcoin kann beispielsweise nachvollzogen werden, wann, an wen und wie viele Bitcoin transferiert wurden, das ist öffentlich einsehbar. Bei Fiat-Währungen ist das nicht so einfach möglich. Letztlich kann es durchaus möglich sein, dass mehr und mehr Regierungen gegen Bitcoin vorgehen werden. Nichtsdestotrotz gibt es eine andere Bewegung bei den Bitcoin-Mining-Unternehmen. So will ein Bitcoin-Mining-Unternehmen bis Ende 2021 die Hashrate verdoppeln und investiert dafür über 44 Millionen Dollar, um das Ganze zu ermöglichen. Eine andere Firma erhält eine Investition in Höhe von 25 Millionen Dollar für ihr Bitcoin-Mining und eine weitere Bitcoin-Mining-Firma kauft Hardware im Wert von 100 Millionen Dollar. In diesem Video hatten wir über Russ Stevens, den Gründer von StoneRidge, gesprochen, der laut Forbes nun über Bitcoin im Wert von einer Milliarde verfügen soll. Letztlich hat ein Nutzer es sehr treffend beschrieben, was gerade passiert. Das große Geld kauft während des Rücksetzers Bitcoin. Und was wir gerade sehen können ist, dass Bitcoin einen enormen Rücksetzer gemacht hat. Mehr als 2013 und auch mehr als 2018. Was wir aber auch sehen können ist, dass es nach jedem starken Rücksetzer zu einem großen Anstieg kam. Das heißt, wir könnten vielleicht jetzt sogar einen noch größeren Anstieg sehen. Und viele gehen sogar davon aus, dass sich Bitcoin in einem ähnlichen Markt wie 2013 befindet und wir schon bald einen drastischen Anstieg sehen könnten. Denkt daran, was wir aktuell erleben, ist ein Vermögenstransfer von den Menschen, die arbeiten, zu den Reichen. Und das passiert dadurch, dass konstant Geld gedruckt wird. Und das Ganze wird auch Cantillon-Effekt genannt, der einfach dargestellt besagt, dass die Neugeldschöpfung denjenigen zugute kommt, die das Geld zuerst erhalten haben, auf Kosten derer, die am weitesten von der Neugeldschöpfung entfernt sind. Also wir. Im heutigen Geldsystem sind Banken und Unternehmen dem Neugeld am nächsten, während die Mittelschicht und die armen Menschen am weitesten entfernt sind. Bitcoin behebt das. Und das ist diesen Personen auch bewusst. So sah der Geldkreislauf während normaler Zeiten und vor der Krise aus. Und so sieht es jetzt aus. Die Regierung druckt Geld und das Geld geht dann an die Unternehmen und dann geht es über uns, also über einen Umweg, direkt an die Reichen und bleibt dort. Oder hast du von den Billionen, die gedruckt wurden, irgendetwas gesehen? Hast du plötzlich mehr Geld auf dem Konto gehabt? Hast du plötzlich mehr Geld verdient? Krypto ändert das und genau das ist der Grund, warum sie so nervös sind. Sie verlieren die Kontrolle und viele Menschen erkennen, wie das Finanzsystem funktioniert. Henry Ford meinte, würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Und er hat recht, die Revolution ist da. Nur nicht so, wie Henry Ford sich das vorgestellt hat. Es findet eine neue Art der Revolution statt. Die Menschen wandern aus und gehen dorthin, wo sie gut behandelt werden. Und sie wissen, dass Krypto ihnen diese Möglichkeit bietet. Was ist deine Meinung dazu? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Gib dem Video, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen hoch. Teile das Video und schau dir jetzt die Bitcoin-Playlist an. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich.